Du weißt, was das Imperium Kashig angetan hat. So etwas passiert überall in der Galaxis. Meine Partisanen könnten ein Jedi gebrauchen. Das ehrt mich. Aber ich muss zuerst noch unsere Mission zu Ende bringen. Verstehst du? Das Angebot steht. Und ja, nicht vergessen. Karl, ich bin Mari Kosan. Und das ist Commander Choisek. Tut mir leid, ich spreche es nicht fließend. Choisek sagt, er hilft dir, damit du Taful findest und wird für dich bürgen. Ihr glaubt, er lebt noch? Zuversicht, Karl. Wir halten Kontakt mit deinem Chef. Für die Sache. Okay. Ist das nicht? Äh, hallo? Entschuldige, möchte ich interagieren. Du kennst Taful? Er gehörte zu Tafuls Leuten. Er wurde aber gefangen. Seine Rettung war für Taful zu riskant. Er war monatelang in der Raffinerie. Choisek hilft dir, Taful zu finden. Könnte aber dauern. Sind viele unterwegs. Mehr will ich gar nicht. Danke. Das ist schön. Ich muss schon sagen, an sich ist es ja ein schönes Spiel, auch so optisch so. Aber die Modelle von den Burgis sind echt so... So ist wohl bereit, jeden Preis zu bezahlen. Er hat seine eigenen Methoden, ja. Aber die Zeiten sind hart. Wir brauchen Anführer wie Saw. Selbst wenn es euch das Leben kostet? Jemand muss das Imperium bekämpfen. Warum nicht wir? Finde ich gut. Dann haben wir was gemeinsame. Gute Reisekerl. Okay, okay. Mit ihm gehe ich okay. Nur noch mal ein bisschen. Gut. Wie viele waren es? 20, glaube ich. Bei mir 14. Dann musst du aufholen. Das werde ich. Je länger ich lebe, desto mehr Imps kann ich ausschalten. Bin gleich wieder da. Ich verstehe doch eh nichts. Sie schaffen es. Sie schaffen es. Das hätte ich auch gesagt. Nein, das hier ist doch so ein Aufzugding. Nein, wo komme ich... Okay. Ich habe die imperiale Kommunikation überwacht und was aufgeschnappt. Projekt Bohrer wurde reaktiviert. Das Imperium könnte bald ein weiteres Zephyr abfinden. Dann haben wir noch Arbeit vor uns. Mann, Mann. Hier ging es weiter. Ich glaube, ich kann mit ihm sprechen. Was ist das nächste? Ich dachte irgendwie schwierig, damit die Wolverine mal rein. Ja, ich bin nicht sicher. Aber ich will jetzt das machen. Geschafft. Aber es war extrem knapp. Ohne dich wird es schwieriger. Ich weiß. Aber ich kann die Mission nicht abbrechen. Das verstehe ich. Ich habe Infos, die dir helfen können. Vor kurzem haben meine Leute ein verlassenes Wookie-Dorf durchsucht. Nichts von Taful. Aber die sicherste Route in die Schattenlande führt durch die Raffinerie. Ein eingebauter Fluchtplan für alle Fälle. Du begreifst schnell. Wenn du bereit für die Suche bist, ist das der Weg. Wir konnten den Wookiees helfen. Befreiung der Unterdrückten. Daher kommt die Leidenschaft, weiter zu kämpfen. Jeder Tod, jede Sackgasse bringt Kämpfe hervor, die keine Angst vor der Niederlage haben. Davon genügend. Und der Sieg gehört uns. Ich brauche eine Sekunde. Okay, wir gehen jetzt mal. Schauen wir mal jetzt mal raus. Du siehst immer alles positiv, was? Hey, äh, danke. Für alles. Kommt man da auch durch. Jetzt schauen wir mal, was hier ist. Wir halten die. Oh Gott, das ist so ein süßes... Toaster. Ein Gonk-Troide? EG-6-Energie-Troiden, die auch als Gonk-Troiden bezeichnet werden, fungieren als tragbare Energiegeneratoren bei mobilen Operationen oder in Situationen ohne stabile Energiequelle. Sie werden von Zivilisten und dem Militär gleichermaßen genutzt und erzeugen häufig ein Geräusch, das wie das Wort Gonk klingt. Die Macht hat mir auf Zepho was gezeigt. Erinnerungen eines gewissen Oster. Mein Partner. Er hat die Sturmtruppen abgelenkt und ich entkam mit unserer Tochter. Er war sehr impulsiv. Ist er... Ja, ich fand's eine Leiche. Ich wollte glauben, er sei entkommen. Es tut mir leid. Nein, schon gut. Ich bin froh, dass ich's weiß. Schon. Alles okay? Gerade kam eine verschlüsselte Nachricht rein. Von Thor? Von meinem Vater. Meine Tochter ist auf Sandrilla. Sie ist sicher. Das ist wunderbar. Das ist die beste Nachricht, seit ich hier angekommen bin. Trotzdem, es ist schwer, weil sie so weit weg ist. Das ist mir lehne. Ist er vor... Okay, ja, okay, was ist sie? Mhm. Keine Ahnung, aber ist okay. Soll ich den was sehen? Hey, Seer. Gut. Du bist unfassiert zurück. Marie Kosan hat uns gesagt, dass du Tafel nicht gefunden hast. Ich riskiere gern unser Leben für nichts. Klingt doch nach Spaß ohne Ende. Er sagt nichts. Marie und Scheuss, wir schaffen es. Ich mag deinen Optimismus. Den könnten wir alle hin und wieder brauchen. Ich bin auch ein positiver Typ. Ich weiß, positiv, wenn ich sterbe, wird mich das ärgern. Du warst gut, Kerl. Noch haben wir Tafel nicht. Aber du hast Leben gerettet. Vergiss das nicht. Danke. Wir reden später, Kerl. Oh ja. Aber ich will irgendwie... ...den Holotouch of the Ventus benutzen. Aber ich dachte, ich will... Ich dachte, ich will in die Schatten landen. Oh. Was ist das? Ah, das können wir auch machen, machen, machen. So? Wenn du schon nicht gehen willst, nerv mich wenigstens nicht. Ja, entschuldige. Mal gucken. Was war denn jetzt? Das ist doch nicht ohne Grund hier, oder? Fall nicht zurück! Schon wieder. Das... Also. Oh, der da nicht will. Das machen wir fertig. Ja, schon. Was, was das da ist. Ich weiß nicht, das muss nicht sein. Das ist doch die Idioten, oder? Nein, aber in die Schatten landen, liegt der woanders, oder? Ja. Aber... Kann mich der eine Kollege da jetzt... Wenn... Kann er mich da jetzt hinbringen? Sollte er mich da jetzt hinbringen? Werd' hier noch nicht schlau drast, ob ich jetzt gehen sollte? Weil ich da eh noch nicht weiterkomme? Oder muss ich sogar gehen? Kann ich den noch nicht finden? Ich... Hier, so. Was sagst du mir? Wir melden uns. Wir melden uns. Aber dann scheint mir das an der Stelle erst mal erledigt zu sein. Oder hat der noch ne Info? Ihr kämpft schon so lange. Hat euch der Krieg was gelehrt? Tragödien vereinen Menschen. Alles, was das Imperium uns nimmt, macht uns nur stärker. Ungerechtigkeit bewegt andere, sich uns anzuschließen. Halten wir zusammen, können wir siegen. So wie heute. Danke. Ja, ja. Wisst ihr, man muss es nicht nur hier haben. Dann auch hier. Ja, der ist flach. Ich find's wirklich. Okay, aber das heißt, wir gehen jetzt erst mal aufs Schiff und gehen weiter. Und den lieben Kult, Tarko, wie immer, den werden wir wohl erst später finden dürfen. Und tun sollen, machen. Er läuft komisch, ehrlich, er läuft komisch. Er kann mir nicht helfen, der Junge, oder? Na dann. Ist schon... So. Natürlich kann ich hier auf einmal nicht mehr rennen. Guck mal hier die Pflanzen angucken. War das andere schon geflitzt, nee, gell? Ja, schöne Erinnerung an unsere Ziele. Hm, na ja, Samengefühl. Wächst noch. So. Kurz. Wenn wir noch ein Weg gehen rum, weiß es nicht. Ausruhen und dann... ...einmal gucken. ...wollen wir schon jetzt was von Seppo. Wieder zurück. Mal sehen, mal... ...also Holo-Tisch benutzen als Geist. Was tun wir? Irgendwohin. Nur nicht da, tu mir. Da gefällt's mir nicht. Ob Ziel. Wir wollen... ...undersuche die neue imperiale Ausgrabung auf Seppo. Ach so. Dann... ...abrück nach Seppo. Da geht's jetzt scheinbar weiter. Zurück nach Seppo, hm? Das Imperium fand vielleicht ein Seppo-Grab. Uns bleibt keine Zeit. Ah, schade. Einer von Sorskämpfern sprach von einem wichtigen Spiel. Ein paar Credits würden uns nicht schaden. Schade, dass man jetzt nicht will. Immer diese Spieler. Ich setze mich... ...und schalte die Kamera aus. Wo? Ich bin gespannt. Ich werde jetzt weiterkommen. ...und erwartet. Das Ziel. Zeig mir doch einfach, wie ich da... Äh, wie weit soll ich denn da laufen? Will ich da hin? Was ist das hier? Ach, wir schauen uns jetzt mal. Vor uns liegt eine lange Reise. Diese alten Gräber sind nicht deshalb noch erhalten, weil sie leicht zu finden sind. Ich nehme die Herausforderung an. Das sehe ich. Ich bin froh, dass du an das glaubst, was wir erreichen wollen. Dauernd die Sache... Das habe ich immer. Seit ich ein Jüngling war, vertraute ich der Macht. Die Namen auf der Liste sind eine Prüfung. Und ich glaube, ich kann sie bestehen. Ich mag dein Selbstvertrauen. Eine Reise wie diese kann ungeahnte Herausforderungen bringen. Ich verstehe. Ich bin bereit. Wir stehen hinter dir, Kerl. Die Heimatwelt der Seppo. Cordova war bestimmt oft hier. Cordova hat sein ganzes Leben an vielen Orten die Geschichte der Galaxis studiert. Einige Male hat er mich mitgenommen. Das war... Lehrreich. Glaubte er an die Vergangenheit? Er glaubte an die Zukunft. Aber ohne Vergangenheit keine Zukunft. Ja. Wo sie recht hat. Recht. Das hier war, glaube ich, knapp. Also, okay, wir machen. Ach, na, danke. Ich weiß gar nicht. Wo wollen wir lang? Irgendwann, glaube ich, nicht. Entschuldigung. Na, komm. Na, komm. Boah. Ist doch auch ein Wechsel. Voll drauf! Wer wird kriegen! NERD! Ich bin zappelig. Er ist gerade nicht mehr... Jetzt geben sie aber Gas. Sagt die Ungreis sicher? Kümmere du dich um die Mission. Ich halte uns von ihrem Radar fern. Das ist richtig. Komm schon hier! Gibt's gegen uns! Was? Oh, vorne. Warte. Bin ich hier richtig? Theoretisch... Geh' ich hier rum und komm' dann hier raus. Oder so. Mal sehen. Ich will hier nicht sterben! Das ist, äh... Ja. Oh, leider nicht zu machen. Wollen wir denn hier noch? Tjo. Lass' sie nicht entkommen! Ich hab' ich auch. Oh. Nimm sie und geh! Ich locke sie weg! Oh Gott! Nein! Getrennt. Irgendwer wurde getrennt. Eine Tasche, die eine Familie zurückliest, als sie getrennt wurde. Hm. Man war da abgelenkt, nur das mit dem Kind. Tja, ich werd' das jetzt mal übersehen, oder lag das nicht hier? Jetzt gar nicht, hab' ich auch Lust, da gegen alle zu kämpfen. Zweifelige Position erreicht! Ja. Nehmen das! Oha. Wie soll ich ihn denn treffen? Lass' ihn auf! Oha. Leert euch den Ziel! Das Ziel ist gut ausgebildet! Das ist was! Ich... Hm. Oh, stimmt. Kamen setzt's mal hier nicht weiter, oder? Ist das jetzt das? Ja. Ach. Ich glaub' weiterhör'n nicht. Nein. Das ist nix hier. Ist auch nix. Ist auch nix. Na, mein Freund. Hab dich! Hab dich! Ja, das hab' ich gemerkt. Na komm. Die Chips sind ja mittlerweile echt wahnsinnig leicht. Ich glaube, ich bin mal hier leider. Hoppala. Mir hat einfach das Knie angeschlagen. Kurz hinhocken. Entspannung. Bin gespannt. Wir sollten hier richtig sein. Da fahr' ich doch schon. Ne. Glaub ich falsch. Oder auch nicht. Ne, ich muss hier durch. Und unten dann irgendwas mit den Ausgrabungen. Gibt's hier ne Abkürzung? Glauben wir nicht, oder? Warte mal, was ist denn da? Die Richtung? Doch. Die Richtung geht's auch, oder? Komme ich da nicht mehr weiter? Ja, ich bin hier. Schau'n mal. Wird er nicht auch langkommt? Entschuldigung. Ich muss mit Dank zurück. Die 50 Gegner ist effektiv. Laserpäum. Das sah witzig aus. Feuern und vorrücken. Ich bin richtig. Wurde, muss man hier lang? Oh, das geht nicht. Das irritiert mich. Das sieht so aus, als wenn's geht. Naja, was weiß. Gehen wir halt außen rum. Trud, Trud. Ich hoffe, ich glaube nicht komplett falsch. Aber ich glaube nicht. Mal gucken. Bin ich, wo will ich hin? Wenn sie... ... ... ... ... ... ... Doch, doch. Das ist doch woanders, oder? Der sieht schon ausgrabungs... ...mach sein, ich bin komplett verkehrt, aber... Warum bin ich jetzt hier oben drauf? Oh, warum? 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 Verstehe ich nicht. Was bringt mir das? Was bringt mir das? Von der Seite wieder zurück? Glaubst du mich doch gar nicht, oder? Sag mal... Ich will doch... Ich war doch richtig... Ah, ne... Kriegt er echt die Gräse? Überlag, warte... Äh... Wo hab ich jetzt? Ach... Was soll's, was soll's... Also nochmal... Und jetzt... Wollte ich da hoch nehmen... Wo wird da das Möbel... Hier waren wir auch... Bin unterwegs! Kein Rückzug! Bleibt an ihm dran! Ein einzelner Dings... Die konnte ich letztes Mal noch nicht... Nicht nachlassen! Hey! Hey! Hier drauf! Alles im Kip! Komm! Ja! Okay! Okay! Genau, hier bin ich durch... Also ich bin... Ich glaube, ich bin richtig... Ich glaube, ich bin richtig... Ist das da... Nur zu meditieren, oder? Ja, ich glaube... Ja, hier war ich noch nicht... Uff! Das hab ich nicht erwartet! Das ist ne riesige Seppo-Statue! Wir wollten da nicht auf Seppo-Sachen drin sein! Okay! Hier, da... Guck mal was los! Hä, was war das denn? Was ist das? Biss... Ach, guck her! Was gibt's jetzt? Du hast recht, ich könnte deinen damit ersetzen! Ist nicht, aber wir haben endlich den Skump-Anschluss! Grandios! Und? Besser? Willst du's versuchen? Was macht der schön? Ecke Konsolen, um neue Gebiete zu erreichen! Okay! Also das hier zum Beispiel! Wo ist er das? Was würde ich ohne dich tun? Weifeln! Weinen! Und... Na, mein Moment! Hoffentlich bist du bereit! Jep! Wenn ich nicht bereit bin, dann weiß ich auch nicht! Oh! Ich bin rein! Do! Oh! Oh! Ich will, ich weiß nicht, was ich will. Aua. Oh, ich will, das hat Kierungen. Hallo, mein Freund. Fahr ich ruhig aus, ich gebe nicht auf. Kannst du da einbrechen? Das würde ich ohne dich tun. Fiechens? Ja. Was? Oh, ich dachte schon, wir sind wieder da unten, ganz umsonst. Unweit des abgestürzten Autos. Ups. Da fällt mir eigentlich richtig auf. Oh. Ich werde deine Verteidigung durchbrechen. Na komm. Mal lang. Wir wollen... Hm? Das, was grün leuchtet, oder? Ach, sind wir hier richtig? Ich bin nicht sicher, ob wir hier lang wollen, oder? Jetzt wollte er doch gerade runterhalten, oder? Mal ganz kurz gucken. Das klingt fast richtig. Wo sind wir? Wo sind wir? Wozu wollen wir hin? Da hinten irgendwie, aber wie? Da ist auch was grün verfügbar. Okay, wo sind wir? Manu? Ich... Ich weiß auch nicht genau. Wir schauen jetzt mal, wo wir rauskommen. Bisher bin ich ja ganz aus Versehen richtig gelaufen. Ich weiß nicht, ob das richtig hier ist, oder ob wir jetzt wieder am Anfang... noch... noch... noch gegen die Wand gelatscht. Okay. Ich hab keinen Plan. ein Feind unter uns. Ups. Na gut. Hier war das, aber... Wenn er kommt, wirst du es nicht wagen, nochmal wegzulaufen. Hä? Ein Eindringling! Ja, ja. Haltet ihn auf! Ich kann ihn besiegen. Hm? Sicherlich. Ganz bestimmt. Ich dinge auch schon wieder ein Nein, oder? Ich glaub, das ist... Ist das falsch? Ist das richtig? Ich find diese Karte unangenehm. Ich irgendwie... Ich kann keinen... Punkt setzen, oder so. Um zu sagen, hey, da möchte ich hin. Ich muss einfach raten, ob das richtig ist. Und ich glaube, dass ich... falsch bin. Ich komme dann... über die Dinger, hier rüber, hier runter. Hier lang. Hier lang. Oh doch, das könnte doch richtig sein. Hey, dass man echt alles nochmal laufen muss. Hätte das Schiff nicht irgendwo anders landen können, einfach. Ich hab mich Papa mal geglaubt. Ey, das ist einfach kein Geld. Und ich bin nicht in mir. Oh, jetzt wird es hier wieder schaffen. Und ich bin nicht in mir. 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 Okay. Ich glaube, wir sind richtig. Aber das müssen wir beim nächsten Mal herausfinden. Denn ich muss es für heute leider feuerhaft machen. Also an der Stelle, da hinten warten schon Freunde, um uns zu begrüßen. Freundschaftlich. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.